Du darfst solche Kräfte nicht haben. Wir nehmen sie dir wieder weg. Das kommt nicht in Frage. Das ist keine Bitte. Ihr seid ziemlich sauer, hm? Ihr braucht eine kleine Abkühlung. Schönen Tag noch. Easy. Hey. Eevee ist im Goldfischglas. Eevee? Ah! Mehr Jungfrauen. Mami! Ich kann auch nicht immer recht haben. Mami! Eevee! Ivi, ich brauche Antworten.